Hey Leute, wir sind von den Koppelinseln zu der Jarlassenfarm rübergeritten und ich habe die Re-Inventor hier vorne jetzt erstmal abgestellt. Sie hält hier vorne erstmal so ein Nickerchen. Und ich zeige euch hier jetzt erstmal, welche Pferde ihr auf der Jarlassenfarm kaufen könnt. Also wir fangen wie immer halt links an. Also hier haben wir Mausgrau, würde ich mal sagen, mit Aalstrich oben auf dem Rück. Wir gucken uns das alles mal hier so ein bisschen von hinten auch an. Seht ihr hier diesen Strich? Und dunkle Mähne halt, dunkle Beinchen, dunkler Schweif. Komm, dreh dich nochmal hier. So, also das ist ein frisisches Sportpferd. Ihr könnt es ab Level 8 reiten. Es kostet 690 Star Coins, bringt 3 Stärke, 2 Disziplin, 0 Geschwindigkeit, 0 Ausdauer und 2 Agilität mit. Also falls ihr auf Grau, Mausgrau steht, hier steht schon mal einer von den Vertretern. So, kommen wir hierzu. Hier steht ein Pony-Yelen. Das Pony ist halt hier an der Schnauze. Es ist hell gehalten. Und sonst ist es halt braun. Hat eine schwarze Mähne, einen schwarzen Schweif. Und es ist halt ein brauner dadurch. So. Es ist ein Jovic'sches Pony. Diese Ponys kennt ihr ja alle. Könnt ihr ab Level 1 reiten. Es bringt halt nur ein Ausdauer mit. Alles andere ist 0. Und dieses Pony hier kostet euch 450 Star Coins. Also, falls man noch kein Pony besitzt und auf braun steht, hier steht euer neuer Freund. Hinten in der Ecke. Und hier haben wir hier einen Fuchs stehen. Also einen Fuchs erkennt ihr halt darin, dass er halt hier überall braune Fellfarbe und dann braune Mähne und braune Schweif. Also ein Fuchs. Gucken wir uns den Eimer von allen Seiten auch an. Er hat halt hier diese Strümpfe in Weiz. Ja. Und ist halt ein bisschen hier schattiert worden. Hat natürlich auch eine sehr lange Mähne dran. Wie der Vorgänger da hinten auch. So. Es ist ein Andalusier. Also nicht ein friesisches Sportpferd. Nein, es ist ein Andalusier. So. Dieser Andalusier hier kann ab Level 8 geritten werden. Kostet 890 Star Coins. Bringt 3 Stärke, 2 Disziplinen, 0 Geschwindigkeit, 0 Ausdauer und 2 Agilität mit. So. Wobei halt, wo ist jetzt der Unterschied von dem Andalusier und dem friesischen Sportpferd? Hm. Also ich kann da halt keine ausmachen. Das ist ja ein Sportpferd. Und das ist ein Andalusier. Also sie sehen für meine Augen, sehen die gleich aus. So. Hier haben wir nochmal ein Pony stehen. Dieses Pony hat halt einen schwarzen Po, schwarze Beinchen und einen schwarzen Kopf. Der Rest ist halt so grau-weiß mitgehalten. So. Es ist natürlich auch ein Jorvikisches Pony, wie schon vorhin der braune. Ab Level 1 reitbar, bringt nur einen Ausdauer mit und kostet 550 Star Coins. So. Falls ihr was Außergewöhnliches sucht, der sieht ja schon mal ein bisschen anders aus als die gewöhnlichen Ponys, ne? So. Was bist du denn jetzt? Hm? So. Bist du ein Andalusier oder bist du ein friesisches Sportpferd? Nein. Ein Andalusier. So. Ab Level 8 reitbar, kostet 790 Star Coins, bringt 3 Stärke, 2 Disziplin, 0 Geschwindigkeit, 0 Ausdauer und 2 Agilität mit. So. Falls ihr was Außergewöhnliches halt sucht, steht hier halt ein Andalusier, ein Bugskin. Genau. Halt dieses sandfarbene, goldfarbene Fell, schwarze Beinchen, schwarze Mähne und schwarzer Schweif. So. Das war's dann hier erstmal von meiner Seite. Vielleicht findet ihr hier einen neuen Freund. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Pferdevorstellung. Tschüss.